So, wir kommen gerade aus der neuen Starbus-Bahn. Ich muss sagen, die Effekte und Sound sind richtig gut. Aber sonst ist alles mein Alten. So, und jetzt sind wir hier in einer Bahn. Ganz ehrlich, die konnte ich noch nie leiden. Als Kind nicht, als Jugendlicher nicht, als Erwachsener nicht. Ich weiß nicht warum. Ob es an den Sound liegt, ob an die Figuren, die da drin sind, ich weiß es nicht. Und deswegen möchte ich von euch eine ehrliche Antwort haben. Wie findet ihr die Bahn? Ich versuche es jetzt nochmal. Aber ich glaube, es hat sich nichts geändert. Smaller, ja. Unkitschig, laut Musik und ich weiß es nicht. Deswegen bin ich jetzt gleich still, dass ihr alles genügt. Alles genau mitkriegt. Anschließend schreibt ihr mir Kommentare, wie ihr die Bahn im Auge fängt. Warten wir auch schon mal drinnen. Also, es beginnt jetzt die Einfahrt. Ihr seht es. Und jetzt bin ich still. Und jetzt bin ich jetzt so bedenempt, drin hast du Mördermet ... wo ihr mit Menschenstreichen! www.vp.rk ... gönwch.se Gemeinwch.se Komm稱st du sie an? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020